Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin hier zwischen Autostadt und Kraftwerk und möchte mich ganz herzlich bedanken für ein sensationelles erstes Halbjahr. Es war sehr schwierig, aber wir haben wahnsinnig viel erreicht. Vielen Dank für den Einsatz. Ich hoffe, Sie erholen sich ein bisschen. Ich mache Sport und habe mir gedacht, am ersten Tag übe ich schon mal hier so ein bisschen. Das Ding, auf dem ich fahre, ist ein Elektrofoil. Das hat der Franz Hofmann von Audi entwickelt mit seinem Team und kommt jetzt in den Markt. Ich habe mir eins bestellt und bekomme wahrscheinlich eins für meine Ferien. Es macht tierisch Spaß. Erholen Sie sich gut. Gesund bleiben. Bleiben Sie vorsichtig mit Covid. Und ich freue mich auch nach den Ferien, September spätestens, dass wir uns wieder sehen und weitermachen am Erfolg für VW. Vielen Dank und schöne Ferien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.